In den letzten Wochen und Monaten kursierten immer wieder Videos von Polizeieinsätzen in Deutschland in den sozialen Medien herum. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Einsatz in Düsseldorf, als ein Polizist mit einem Knie auf dem Kopf eines 15-Jährigen war. Oder in Hamburg, da gab es eben mehrere Polizisten, die mit Pfefferspray auf einen 15-Jährigen losgegangen sind, der sich allerdings, das muss man fairerweise sagen, auch heftig da wehrte. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, das habe ich hier euch nochmal verlinkt. Die Frage, die sich jetzt aber gestellt hat, die einige uns wiederum gestellt haben, unter anderem Alexander Jahnke, wie sieht es eigentlich aus? Durften diese Videos angefertigt werden? Darf man Polizisten im Dienst denn filmen oder ist das möglicherweise eine Straftat? Ihr habt es vielleicht schon auch öfter gesehen, dass Polizisten sagen, hier, ihr dürft uns nicht filmen. Ist das legal? Können sich Polizisten wirklich dagegen wehren, dass man sie filmt? Wir zeigen es euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und hier ist ja der Abo-Knopf. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das Video gefällt. Man muss da nur auf das rote Knöpfchen oder die Klingel drücken. Dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video online ist und könnt dann schauen, ob das zu euch passt. Zu euch passen sollte eigentlich dieses Video, denn die Frage ist uns häufig gestellt worden, darf man eigentlich Polizisten filmen? Wir hatten dieses Video gezeigt am 18. August, als diese beiden 15-jährigen Hamburg-Düsseldorf von der Polizei niedergerungen worden sind. Und diese Videos gingen vor allen Dingen bei Twitter ziemlich viral. Ganz besonders in Hamburg war es so, dass man sah, wie mehrere Beamtinnen und Beamten einen Jugendlichen umzingeln und ihn nach mehrmaliger Aufforderung zu Boden bringen. Passanten und Nutzer haben das als unverhältnismäßig kritisiert. Die Polizei hat sich mittlerweile auch verteidigt. Habe ich alles schon gebracht. Und dann sieht man auf den ersten paar Sekunden des Clips oder hört auch, wie eine filmende Frau von einer Mitarbeiterin der Polizei aufgefordert wird, das Filmen einzustellen. Und da stellt sich die Frage, konnte die Polizei sagen, ey, hier nicht filmen, den Polizeieinsatz nicht filmen? Ist es verboten, Polizeieinsätze zu finden? Grundsätzlich gilt, es ist zulässig, Polizeieinsätze zu filmen. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung aus 2015 das Ganze bestätigt. Es müsse auch immer auf den Zweck der Aufnahmen abgestellt werden. Zum Beispiel dürften solche Aufnahmen zur Beweissicherung gemacht werden, sagt das Bundesverfassungsgericht schon im Jahre 2015. Erstmal damit die generelle Aussage, filmen durfte man. Also, was die Polizistin gesagt hat, hey, du darfst uns nicht filmen, ist erstmal Quatsch. Anders allerdings sieht es aus mit der öffentlichen Zirsch-Schaustellung dieses Materials. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Das ist in § 33 des Kunsturheberrechtsgesetz geregelt. Und da steht dann die Frage im Raume, wann darf man Aufnahmen der Polizisten ohne deren Einwilligung weiter verbreiten, vor allen Dingen in den sozialen Netzen. Erstmal ist das nach § 33 Kunsturheberrechtsgesetz verboten. Und zwar sanktioniert mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe. Das ist erstmal die Grundregel. Es sei denn, die Aufnahmen zeigen ein zeitgeschichtliches Ereignis. Also bei Fragen von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse. Also man muss immer eine Abwägung treffen zwischen den Interessen an der Veröffentlichung für die Allgemeinheit. Welche Interessen hat die Allgemeinheit davon zu erfahren? Und wie wird das Persönlichkeitsrecht des Abgebildeten, also beispielsweise der Polizistinnen und des Polizisten, verletzt? Zeitgeschichte wird generell weit verstanden, sodass so ein Polizeieinsatz in der Öffentlichkeit grundsätzlich schon ein zeitgeschichtliches Ereignis sein kann. Was nicht funktioniert, ist einzelne Personen herauszupicken. Also nah heranzusuchen an einen Polizisten, der da mehr oder weniger unbeteiligt steht. Hat allerdings ein Polizist zum Beispiel einen Schlagstock in der Hand und ist da besonders auffällig, könnte man ihn auch herauspicken. Also das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen. Zeitgeschichtliche Ereignisse darf man filmen. So. Allerdings schwierig wird es manchmal beim Ton, wenn der nicht öffentlich gesprochen worden ist. Da gibt es also ein Paragrafen, Paragraf 201 Strafgesetzbuch, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Da geht es also darum, dass man ein nicht öffentlich, wer unbefugt das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen aufnimmt, der kann eben auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden. Da kann es schon um den aufgenommenen Ton gehen. Das heißt, da ist die Aufnahme des Tons schon illegal, wenn es heimlich gesprochen, also leise gesprochen ist. Wenn nicht ein Polizist laut das Ganze rausschreit. Also ihr seht schon, das ist ein ganz schmaler Grat. Ist da riesen Randale, schreien die Polizisten wild durch die Gegend und kann eine größere Menge diese Äußerungen wahrnehmen. Darum spricht man schon von einem nicht öffentlich gesprochenen Wort, selbst wenn der Polizist das vielleicht erst mal gar nicht wollte, aber so laut war, dass es einfach alle mitbekommen mussten. Das wäre sozusagen eine faktische Öffentlichkeit, weil es objektiv für einen größeren, unbestimmten Personenkreis wahrnehmbar. Knien jetzt allerdings die Polizisten beispielsweise, ihr erinnert euch vielleicht an die Bilder auf dem 15-Jährigen in Düsseldorf und reden dabei recht leise. Dann muss man sagen, ist das das nicht öffentlich gesprochene Wort und da geht es eben nicht, dass man davon entsprechende Tonaufnahmen anfertigt. Das ist sozusagen die Abgrenzung, die im Einzelfall getroffen werden muss. Gar nicht so einfach für euch, deswegen sollte man mit der Veröffentlichung dieser Bilder eher zurückhaltend sein. Wenn man natürlich sieht, da war riesen Randale und man sieht, das ist wirklich ein gesellschaftliches Problem, das ist jetzt nicht nur ein Einzelfall und man pickt vor allen Dingen nicht nur, wie es jetzt auch passiert ist, die negativen Szenen heraus, wie die Polizei sich vielleicht falsch verhält, sondern es zeigt auch die gesamte Vorgeschichte und das Nachspiel, also wie der Junge sich gewehrt hat oder die beiden Jungs sich gewehrt haben, dann hat man ein gesamtes zeitgeschichtliches Ereignis ausgewogen, abgebildet und dürfte das selbst mit tun, wenn da öffentlich laut rumgebrüllt worden ist. Also da sieht man Polizeieinsätze, darf man auf jeden Fall filmen. Problematisch wird es dann übrigens, wenn da irgendwo ein hilfloses Opfer rumliegt, da gibt es in § 201a Strafgesetzbuch, hilflose Personen dürfen nicht ohne weiteres dargestellt werden, weil damit in den höchstpersönlichen Lebensbereich eingegriffen wird. Dann geht es aber weniger um die Polizei, sondern um die Opfer, die da hilflos am Boden liegen, warum auch immer die dann da liegen. Das wäre also untersagt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen erläutern, wann das jetzt möglich ist mit dem Film der Polizeieinsätze. Theoretisch immer möglich, das Filmen, das Veröffentlichen nicht. Schwierig beim Ton. Wenn da irgendwelche heimlichsten Sachen gefilmt werden, dann könnte das ein heimliches Mitschneiden des nicht öffentlich gesprochenen Wortes sein. Dann gelten nur noch wenige Ausnahmen für Investigativjournalisten. Da muss man schauen, wie investigativ kann da ein Normalbürger noch unterwegs sein. Da würde ich auf alle Fälle die Finger auf jeden Fall von der Veröffentlichung lassen, wenn das nur so heimliches Gerät ist, was ihr zufällig mitgeschnitten habt. Da würde ich eher dann an die Medien gehen und denen das überlassen oder entsprechend an Polizei und Staatsanwaltschaft gehen, wenn die dort Ermittlungen einleiten sollen. Das war eine Frage, die ist uns sehr häufig gestellt worden. Ich hoffe, ich habe die für euch gut beantwortet. Falls ja, belohnt mich gerne mit einem Abonnement für diesen Kanal, kann ich auch weiter eure Fragen beantworten. Zwei Videos habe ich noch für euch. Schaut gerne rein, falls euch das Thema interessiert. Und wir sehen uns morgen schon wieder. Da gibt es die nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.